Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Der Mann irritiert mich. Wieso kann der sich irritieren? Für Sie sollte er nichts weiter als eine Arbeitskraft sein. Das sind die ersten Alterserscheinungen, wenn man Angst vor Gelegenheitsarbeitern hat. Demnächst werden Sie noch unter dem Bett nachsehen. Gibt es denn gar keine verantwortungsbewussten Bürger in dieser Stadt? Das schon, aber nicht am Samstagabend. Mich würdest du doch sicher nicht einlochen Trampes. Wenn du so lieb wie jemand bist. Sag mal, wie wäre es mit einer Partie, Schach? Wie in alten Zeiten. Diese Zigeuner haben in der Stadt nichts zu suchen. Halt dich da raus! Wo reitet der Junge hin? Welcher Junge? Er reitet heim. Wie in alten Zeiten. Wo reitet der Junge. Wo reitet der Junge. Wie in alten Zeiten? Bis zum nächsten Mal. Wie in alten Zeiten. Wo reitet der Junge. Wie im alten Zeiten. 여기 sinhng. Wie in alten Zeiten. Vielen Dank.